Einen wunderschönen guten Morgen, wenn du das erste Mal hier bist und natürlich auch an alle, die schon wieder da sind, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Morgenbriefing. Wie geht's weiter? Wie sieht's aus? Also, wie sieht's aus? Naja, so lala, wir hatten ja gestern Abend schon gesagt, dass wir das Ganze ein bisschen auf den Sack gehen, immer dieses hin und her und es geht genau so weiter. Heute Nacht große Kerze runter, wieder hoch, große Kerze runter, jetzt vorhin die letzten beiden Stunden wieder hoch. Also, es geht genauso weiter wie die letzten Tage. Wir befinden uns mal wieder hier an der 61,5 Schallmauer Richtung Norden oder Richtung Süden. Kommen wir da mal mit einer 3-Stunden-Kerze, 4-Stunden-Kerze drüber, alles klar, geht's meistens sofort zu 62,5, bleiben wir da drunter, geht's meistens ab. Zur 60,5. Also, hin und her, wie geht es weiter? Gute Frage. Nächste Frage, ich hatte mir persönlich vorhin hier so eine Art Triangle eingezeichnet. Das war diese goldene Linie, die haben wir jetzt mit der letzten Stunde nach oben hingenommen, retesten das jetzt ganz jetzt gerne, aber sind dann noch weiter zwischen der grünen und der anderen goldenen Linie hier gefangen. Solange wir da nicht drüber kommen, dann kann es sein, dass wir uns auch einfach hier weiter entlang hangeln oder wenn wir darüber kommen, nochmal die 62,5. Aber auch gestern Abend noch gesagt, ich werde da jetzt wahrscheinlich nichts mehr machen, bevor wir morgen Abend nicht die Fettsitzung hinter uns haben und oder die 62,5 nachhaltig nach oben hin gebrochen haben. Buy Orders habe ich auch auf dem Weg nach unten 60, 59 und so in Abstand von 1000 Dollar eben auf dem Weg nach unten. Ansonsten gibt es hier auch eigentlich nicht viel zu sagen. Bei Ethereum sieht das Ganze meiner Meinung nach ein kleines bisschen besser aus. Wir haben die Bullenflagge nach oben hin verlassen, das sehen wir auf dem 8 Stunden Chart und haben danach auch keinen einzigen 8 Stunden Close mehr innerhalb dieser Bullenflagge gesehen. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Und danach haben wir nach dem Ausbruch aus dieser Bullenflagge, haben wir noch ein kleines Triangle einzeichnen können. Das ist dieses hier. Das haben wir auch mit der letzten Stundenkerze ebenfalls nach oben hin verlassen. Aber auch bei Ethereum genauso wie bei Bitcoin werde ich den Teufel tun und jetzt sagen, alles klar, jetzt sieht es super aus. Das haben wir die ganzen letzten Tage immer mal wieder gesagt und jedes Mal ging es hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und so weiter und so weiter. Also wenn wir hier die 4, 3, 8, 5 mal überschreiten, dann kann es durchaus weiter Richtung Norden gehen. Das sehen wir hier, das haben wir mehrere Stunden überschreiten, auf Tagesbasis nicht halten können. Das wäre natürlich wichtig. Aber auch wenn wir eine Stunde mal drüber sind, kann ich mir vorstellen, dass es kurzfristig weiter hoch geht. Und wenn wir das auf Tagesbasis halten, wäre das natürlich eine sehr, sehr positive Sache. Ansonsten würde ich jetzt persönlich gerade gar nichts machen. Kann man hier unten, wenn wir nochmal runterkommen, auf diese goldene Linie oder auch jetzt, kann man das hier spekulativ mal probieren. Selbstverständlich. Aber auch hier dann mit einem engen Stop-Loss irgendwo bei 4.240 oder so. Bei Litecoin bietet sich folgendes Bild. Ausbruch aus der Bullenflagge. Das war gestern angetestet, hoch, nochmal angetestet, sogar bis auf die 200. Und jetzt hier bilden wir ebenfalls eine Art Triangle. Das sieht man wahrscheinlich besser auf dem 30-Minuten-Chart. Das ist das hier. Ich mache das jetzt einfach mal auf schnell. Und auch hier, wenn das gebrochen wird, können wir sagen, okay, wahrscheinlich laufen wir die 200er mal an, wenn das nach unten gebrochen wird, diese goldene Linie. Und wenn die nicht hält, die nächste goldene Linie. Also gerade jetzt auch bei Litecoin gibt es hier nicht wirklich eine Möglichkeit, etwas in die ein oder andere Richtung zu tun. Und bei XRP sieht das Ganze im Grunde genommen genauso aus. Wir laufen seitwärts. Die goldene Linie kommt runter. Wir überschreiten sie, unterschreiten sie. Auf Tagesbasis jetzt genau dasselbe. Drüber, drunter geclosed. Jetzt wieder drüber. Hier will ich persönlich gar nicht machen, bevor wir die 112 nach oben übersprungen und auch re-getestet haben. Das ist meine Meinung zu XRP. Das hier ist jetzt erstmal positiv. Wir ziehen langsam und stetig nach oben. Aber das haben wir die letzten Tage wirklich überall gesehen. Das ging hoch und runter. Und ja, deswegen lasse ich da im Moment auch erstmal die Pferde von Cardano. Genau das gleiche. Gestern Abend noch gesagt, kann durchaus sein, dass wir die goldene Linie nochmal re-testen. Das war das, was ich hier eingezeichnet habe. Im Endeffekt sind wir dann auch bis hierhin runtergekommen und offen seitdem seitwärts. Wer das Ganze spekulativ probieren möchte, hatte schon die Möglichkeit dazu. Und zwar beim Bruch dieser goldenen Linie. Ausbruch, re-test und jetzt in der letzten 30 Minuten Kette über diesen Punkt hinaus. Jetzt gerade re-test diesen Punktes. Wenn wir jetzt weiter hochziehen, dann kann man das probieren in Richtung dieser grünen Linie. Ein Versuch mit einem engen Stop-Loss, den jeder für sich selber festlegen sollte. VeChain. Ganz genau das gleiche. Ausbruch, re-test, long entry war hier. Und seitdem laufen wir seitwärts. Zwischen, gefangen zwischen 14 Cent und 12,7 Cent. Solange wir diesen Kanal, dieser ist ja mittlerweile ein Kanal hier, solange wir den nicht verlassen zu einem oder zu anderen Richtung, ist auch hier im Grunde genommen kein Trade möglich, eher ein bisschen Scalping. Also ganz, ganz kurzfristig spekulative Möglichkeiten, das Ganze zu probieren. Aber das ist wirklich sehr spekulativ. Solana 0,2% im Minus. Da habe ich gestern gesagt, es wäre schön, wenn wir auf Tagesbasis mal die 200 halten. Das haben wir bisher nur einmal geschafft. Und das ist diese grüne Kerze. Dann haben wir einen Retest gekriegt und sind wieder durchgefallen. Gestern und vorgestern. Zwei Tage jetzt in Folge. Über der 200 geschlossen. Das war diese grüne Kerze. Dann eine weitere grüne Kerze gestern. Und jetzt haben wir das heute. Wenn wir runtergehen, das Ganze nochmal angetestet. Also hier. Erneuter Wig hier. Und jetzt. Müssen wir auch hier einfach mal sehen, wohin uns die Reise führt. Man könnte das jetzt hier als Ausbruchspunkt nehmen und einen Stop-Loss hier platzieren bei 193. Wenn man das Ganze spekulativ probieren möchte. Bei Shiba bietet sich das gleiche Bild wie gestern Abend. Da habe ich gesagt, solange wir die grüne Linie nicht nach oben hinnehmen, besteht auch hier keine Trill-Möglichkeit bei Shiba. Und das Ganze ist auch nicht passiert. Und das sehe ich auch weiterhin so. Also, solange wir die grüne Linie nicht nach oben hin überschreiten, retesten und dann weiter hochziehen. Keine Möglichkeit hier bei Shiba wieder einzusteigen. Das war es. Sehr, sehr kurz. Sehr, sehr knackig. Aber es gibt auch nicht viel zu sagen. Ich glaube, die Seitenlinie ist jetzt gerade heute, vielleicht auch noch morgen bis übermorgen, der beste Ratgeber. Wenn wir genau wissen, wohin uns die Märkte führen werden. Die Fettsitzung morgen Abend ist unglaublich wichtig. Und ich bin einfach gespannt, was wir dort zu erwarten haben. In dem Sinn wünsche ich euch einen wunderschönen Start in diesen Dienstag. Gerne mal ein Like und Kommentare lassen und ein Abo, falls ihr kein Abo hättet.